Nein, hä? Ich spiel's nicht mehr mit dir! Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic! Hallo! Und wir spielen heute mal wieder eine Runde Murder Mystery und ich hoffe, dass eine ganz bestimmte Map nicht drankommt, weil sonst verliere ich ganz bestimmt. Oh nein, warte mal. Meinst du meine Lieblingsmap? Ja, deine Lieblingsmap, die mag ich nicht mehr. Oh Mann, was soll das denn heißen? Die ist supidupi. Nein, die ist nicht supidupi, die ist doof. Doch, Mann. Okay, warte mal. Welche Map kommt denn jetzt dran? Oh, Moment mal. Oh, das ist die Map hier, die mag ich. Oh, die ist echt cool. Aber irgendwie hat man da gar nicht so die perfekte Chance, sich so gut zu verstecken. Und ich bin übrigens Inno. Oh, ich bin auch Inno. Oh, guck mal, ich fall hier gerade diese coole Bahn oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, ein Gold dafür ausgegeben. Warte mal. Oh, da ist noch Gold. Nein, oh ja. Ich habe schon drei Gold. Und du? Was bist du eigentlich? Unschuldig, natürlich. Hm. Ich bin auch Inno. Mit einem Gold. Hä? Ich bin gestorben. Durch was denn? Als Erste? Mensch. Na, durch den Mörder. Was denkst du denn? Oh, oh. Ich sehe dich. Hallo. Hallo, na? Ich bin jetzt ein Geist. Ich fliege dir hinterher. Oh, Moment mal. Ich sehe jemanden. Guck mal, was warst du denn da? Oh, Mann. Guck mal, da liege ich. Hallo, Kater. Aufwache, bitte. Nein, das geht nicht mehr. Oh, Mann. Okay, warte, Kater. Ich sammle jetzt richtig viel Gold und schnetzel deine Mörder weg, okay? Oh, warte mal. Ist das der Mörder? Oh, ist das der Mörder? Oh, Gott. Ich habe Angst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht so ganz. Er hat mich einfach von hinten, naja, erfasst so. Oh, Mann. Moment mal. Bis jetzt wurde noch keine weggeschnetzelt. Du bist die Einzige. Nein, hier liegt auch noch einer. Oh, echt? Ja. Oh, okay, okay. So, oh. Ich habe schon sieben Gold und... Oh, nein. Das ist nicht der Mörder. Okay, alles gut. Warte mal. Ist hier noch mehr Gold? Oh, Mann. Ich will den Mörder wegschnetzeln. Du und... Oh, Gott. Oh, Gott. Was passiert hier? Hä? Es wird wieder wer weggeschnetzelt. Was? Oh, Moment mal. Ich habe jetzt eine Bogen, Kater. Warte mal. Wo ist der Mörder? Ich habe ja... Schon wieder. Hallo? Ist hier noch jemand? Das verstehe ich nicht. Also hier ist auf jeden Fall... Das ist der Mörder. Wo bist du? Ich habe dich getroffen. Ich habe dich getroffen. Bist du tot? Oh, ja. Nein, nein, nein. Ich habe gewonnen. Der Steve war der Mörder. Der Steve? Hast du ihn umgebracht? Ich habe ihn nicht getroffen, Kater. Jemand anderen hat ihn weggeschnetzelt. Aber sehr gut. Wir haben den Mörder bekommen. Ja, das stimmt. Und warte mal. Ist es schon wieder die Map? Oh, stimmt. Kater? Ja? Ich kann dir hier ein richtig cooles Versteck zeigen, okay? Okay, aber warte. Ich muss erst mal schauen, was ich bin. Nicht, dass ich Mörder bin und dich umbringen muss. Ja, warum? Oh, ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Aber das von dir hat sich ein bisschen, naja, noch nicht so sicher angehört, ob du unschuldig bist. Ich bin wirklich unschuldig. Hundertprozentig. Ganz, ganz sicher? Ja, das verspreche ich dir. Okay, gut. Die Lache macht mir Angst. Ich habe doch kein Gold. Okay, warte mal. Ich muss erst mal Gold finden, damit, wenn du Mörder bist, dass ich dich wegschnetzen kann. Da wurde einer umgebracht. Ich weiß nicht. Ich bin auf meinem Geheimversteck. Was ist das denn eigentlich? Was für ein Geheimversteck? Ich finde hier kein Gold, Mann. Ja, ich wollte es dir doch zeigen. Ich bin hier oben. Ich auch. Hallo. Hä? Da ist wer hinter mir. Okay, der ist auch nicht Mörder, sonst hätte der mich gerade mal wegschnetzen können. Ich habe hier alles im Blick, Karte. Wenn du hier jemanden wegschnetzelst, dann weiß ich das ganz genau. Bist du dir daran sicher? Ja. Da war ein Gold. Da ist noch ein Gold. Ah, ich habe ein Gold gefunden. Schau mal. Okay, warte mal. Ich sehe dich da hinten. Ich habe dich im Blick. Ja, mach ruhig. Guck mal, da ist noch ein Gold. Der, 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 der Blau, der Blau. Hier oder der Hellblaue? Das ist der Mörder. Das ist der Mörder. Okay, ich renne. Ich renne. Oh Gott, der ist hinter dir. Oh Gott, du Gold. Will er mich? Ich habe das ganz genau gesehen. Oh Gott, oh Gott. Ich muss wegrennen. Warte mal, ich brauche erst mal Gold. Vier, fünf, sechs Gold. Okay, warte mal. Wo ist er? Der Hellblaue ist das nicht, aber... Hallo, da bist du ja. Na? Okay, okay, warte. Der ist da hinten, glaube ich, irgendwo. Ich habe nur ein Gold bis jetzt. Hier ist noch ein Gold. Und da ist auch noch ein Gold. Oh, sehr gut. Warte mal, ich brauche noch ein Gold und dann kann ich ihn wegschießen. Oh, das ist sehr gut. Warte, warte. Komm hier mit, komm hier mit. Wir haben schon gewonnen. Ach Mann, ich wollte ihn doch wegschnetzeln. Ja, aber dafür haben wir gewonnen. Das ist sehr gut. Und du hast sogar herausgefunden, wer der Mörder ist. Ich meine, wir haben die Hälfte der Arbeit getan. Das stimmt. Wir sind im Aquarium. Das ist die Fischi-Map. Ja. Die ist süß. Und warte mal. Und jetzt bin ich Mörder. Oh nein, ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig. Ich bin jedes Mal unschuldig, Kat. Ich war noch nie Mörder. Noch nie. Jetzt fängt das wieder an. Ich war wirklich noch nie Mörder. Noch nie Mörder. Du warst noch nie Mörder. Noch nie Mörder bist du wie Mörder. Nein, noch nie. Oh Mann, was machst du denn nur? Ich hab dich im Blick. Es wird mal umgebracht. Es wird mal umgebracht. Nochmal. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Du bist nicht der Mörder, oder? Guck mal her. Komm mal her. Guck mal hoch. Ja, ja. Oh, ich hab's gesehen. Warte, Katja, wie komme ich denn jetzt zu dir? Oh, Moment mal. Ist das der Mörder? Nein, nein. Es wird schon wieder wer umgeschnetzelt. Warte mal. Ich hab fünf Gold. Oh Gott, ich will zu dir da hochkommen, aber wie komme ich denn hoch? Moment mal. Soll ich vielleicht mal zu dir runterkommen? Ja. Okay, warte mal. Ich spring... Das ist der Mörder, das ist der Mörder. Im Oberteil, im Grün, im Weiß. Nein, warte, warte. Ich schreibe die Mörder her. 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 Ich hab mich fast getroffen. Ich hab mich fast getroffen. Du hast die Mörder fast getroffen? Ja, ja, fast. Du musst die wegschnetzeln, bitte. Okay, warte. Nein! Nein! Ich hab dreimal nicht getroffen, als ob. Wie schlecht. Ach man, was ist das denn gewesen? Ich muss jetzt zum Bogen hinkommen und da kann ich die wegschnetzeln. Ach, du bist ja nicht gestorben? Natürlich nicht. Was soll das denn jetzt? Ach man, okay, warte mal, ich liege da. Wo denn? Na ja, da oben. Aber warte mal, ist überhaupt der Bogen? Oh, da ist der Mörder. Da ist er. Wo ist er? Ja, und da ist halt noch der Bogen. Ja, ich hab auch einen Bogen. Oh, sehr gut. Oh, warte, er hat schon wieder einen umgeschnetzelt. Pass auf. Oh, oh, komm her. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Warte, kommt er runter? Warte, warte, warte. Er kommt, er kommt, er kommt. Jetzt er. Ja! Oh, sehr gut. Das war Teamwork. Ich sag dir, ich musste mich halt erst mal opfern. Ja, das war eine richtig coole Runde tatsächlich. Oh, du hast es geschafft? Wir sind echt gut in Mörder-Mystery. Was ist das? Ja, das stimmt. Das macht auch so viel Spaß. Und warte mal. Das ist die Map. Ich mag die wirklich richtig gerne. Ah, die mit den coolen Brücken, ne? Ja, das stimmt. Und Kater, warte mal. Ja. Schau mal mal ins Gesicht. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich bin Mörder. Ich bin unschuldig. Ich hatte 26 Prozent. Äh, ich bin auch unschuldig. Du bist nicht unschuldig. Du bist Mörder. Doch. Doch, ich bin unschuldig. Wirklich, ich bin unschuldig. Nein. Okay, ich bin nicht unschuldig. Oh, ich schnetze dich sofort weg. Nein. Mach das nicht auf. Ja, das mache ich. Nein. Ja, du bist Mörder. Nein, ich bin nicht Mörder. Hundertprozentig nicht? Hundertprozentig nicht. Ich verspreche es dir. Oh, da bist du. Da bist du. Hallo. Hallo. Warte mal. Ich will dir was zeigen. Nein, 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 nein. Wo bist du? Komm mal her. Nein, nein, nein. Hilfe. Mann, guck mal. Es wird keiner weggeschnetzelt. Das kann nicht ich sein. Oh, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Ich mach dir nichts. Leute, hilf mir alle. Hallo. Warum sprichst du denn runter? Weil ich Angst habe. Ich will nicht als Erster weggeschnetzelt werden. Nein, wirst du nicht. Es wird hier gar keiner gerade weggeschnetzelt. Denkst du, ich bin wirklich Mörder? Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein, ich bin wirklich nicht Mörder. Mann, komm her. Aber vielleicht bist du ja Mörder. Oh, oh, oh. Das will ich dir. Oh Gott. Warte mal. Ich beobachte dich jetzt. Komm, 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 komm. Ich schreck dich jetzt. Nein, ich hab nichts gemacht. Ich mach doch nicht. Ich stehe live, Polizei. Okay, ich stehe auch. Da war der Mörder, da war der Mörder. Oh, ich bin Detektiv, Mann. Ja, sehr gut. Warte mal, da hinten war der Mörder. Wo? Ich glaub, der auf dem Boot. Guck mal, da liegt jemand auf dem Boot. Siehst du das? Ja, soll ich mal draufschießen? Ich weiß nicht. Ups. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hab ich deinen Bogen. Jetzt bin ich Detektor. Ich dachte, er wär's. Weißt du, wie cool es wäre, wenn er's gewesen wäre? Aber er war's halt nicht. Ich hab dich getroffen. Das ist der Mörder. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Der rote oder der gelbe? Der da, der da. Der da. Hast du ihn um? Ich hab ihn. Was ist denn heute mit dir los? Warum, wenn ich denn mal Detektiv sterbe und du machst dir die Kills? Das war so knapp. Der hat mich fast weggeschnetzelt. Das war ein Millimeter. Wer war das denn jetzt? Ach, da. Ja, ich hab den gut weggeschnetzelt, Carter. Mann, ich bin heute ganz, ganz schlecht. Nein, du bist ein sehr guter Detektiv. Du gibst mir den Bogen und ich schnetzel deine Mörder weg. Das ist eine richtig gute Teamarbeit. Ja, da hast du auch wiederum recht. Okay, sehr nice. Und ich bin... Bist du Detektiv? Ich weiß, was du bist. Warum? Ich bin Inno. Ja, 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 ja. Ich bin wirklich Inno. Was ist das denn jetzt? Ich hab schon viel Gold. Bist du wirklich Detektiv? Dann komm ich zu dir nämlich. Nein, da schimpfst du mich ja weg. Nein, ich bin kein Detektiv. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Guck, es wird schon einer weg. Ich hab nichts gemacht. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Das ist ins Wasser geblumst. Der liegt hier im Wasser, Katze. Oh, oh. Nee, über die Brücke. Nicht über die Brücke. Aber, warum machst du das? Weil du Mörderin bist. Ich bin nicht Mörderin. Jetzt bringst du mich hier noch um. Oh, ich hab Angst vor dir. Ja, soll ich dir daherrennen oder was? Mann, du bist doch Detektiv. Behalt mich bei dir. Ja, wenn du mich wegschnetzelst. Oh, vielleicht geh ich dich ja doch wegschnetzeln. Katze, nein, bitte. Ich such mir jetzt Gold, Mann. Ich hab dich im Auge. Ja, behalt mich im Auge. Guck, ich hab nichts gemacht. Ich, guck rein. Da ist keiner. Da ist keiner. Okay, warte mal. Ich hab Angst. Okay, warte mal. So, warte mal. Jetzt wird wieder einer weggeschnetzelt. Katze? Ja? Hier liegt jemand. Ich hab auch nichts gemacht. Ich bin oben, Mann. Ich bin wirklich oben. Guck mal, ich bin hier. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Ich mach jetzt Detektivarbeit, Katze. Ich bin Detektiv. Epic. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Warum sterben hier die ganze Zeit Leute? Oder das Mörder? Hallo? Hallo? Boah, ich bin voll der Kletterer. Schau mal. Ja, ich bin der Detektiv, der dich beobachtet. Ich bleib Detektiv. Nein, hä? Ich spiel das nicht mehr mit dir. Ich bin Detektiv. Ich spiel das nie wieder. Ich spiel das nie wieder mit dir. Ich spiel das nicht mehr mit dir. Wo sind denn jetzt hier die anderen eigentlich? Hallo, Leute. Ich seh euch nicht. Hier ist voll viele Verstecke, Mann. Das ist richtig schwer als Mörder. Ja, wo viele sind denn noch eigentlich da? Fünf Unschuldige. Wo sind die? Die sind alle auf diesem Schiff, glaub ich. Das ist eine unfaire Sache. Du bist immer Mörder. Und ich war jetzt noch nie Mörder. Und dann schnellst du mich einfach weg. Das ist nicht fair, ich weiß. Ich hab aber gleich einen Bogen als Mörder. Wo sind denn die Leute? Ach, da ist einer. Das war's wert. Ach, Mann. Die sind bestimmt auf dem Schiff, Mann. Ja. Das war's dann wohl, ne? Super. Ach, Mann. Aber immerhin hab ich gewonnen. Ach, Mann. Aber du warst echt ein guter Mörder, Kater. Ich dachte wirklich, du bist innocent. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann ist ein Daumen nach oben. Da schaut noch ein Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.